Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, also ich wollte mich mal beschweren, ne? Also, ich hab das gelesen, ne? Naja, also ich find es unfassbar. Von sechs Milliarden bin ich so ein Mensch. Ich hab das Recht mitzureden, das ist mein Sinn. Was da gerade passiert, da bin ich standhaft dagegen. Lasst uns protestieren, jeder kann was bewegen. Ist doch Demokratie oder einfach nicht? Ist das zu glauben? Es darf nichts passieren, ohne dass ich das erlaube. Ich hab irgendwo mit halben Ohr was aufgeschnappt. Das geht hier auf, sack. Jetzt wird grad Dau gemacht. Ich lese große Sätze in der Regenbogenpresse. Nicht klein, meistens reichen schon die Bilder für ne regungslose Fresse. Das ist unverschämt. Wir müssen da was unternehmen, so eine Gemeinheit. Ich kann da nicht den Grund verstehen. Ich kann das beurteilen. Ich bin ein normaler Mensch. Wer anders denkt, ist wohl total beschränkt. Yo, yo, natürlich bin ich auch für Meinungsfreiheit. Meine Meinung ist so frei. Da gibt deine kleinen Beine. Ich bin dagegen, das geht für dich dagegen. Wir gegen absolut ein Jebel. Wir sind dagegen, das geht für dich dagegen. Wir gegen absolut ein Jebel. Sie verrecken müssen, die Statistik sagt, dass 80% aller Hacken schützen, bevor sie Hacken schießen. Wir müssen Speck genießen, daraus lässt sich schließen. Wir müssen Speck verbieten. Tierfell bringen sie auf der ganzen Welt an den Mantel. So Demo ziehe ich meinen neuesten Pelzmantel an. Ich bin nur so Gegentierquälerei. Da muss ich meinen Mund wegzügel. Das macht mich so wütend, dass ich jedes Mal mein Hund verprügel. Ich bin gegen CO2. Mann, wir sind am Ende. Wie kann denn hier nicht einer einmal an die Kinder denken? Und der Himmel wird schwarz, so wie Condoleezza Rice. Komm, wir machen eine Demo, dass die Sonne wieder scheint. Wir sind dagegen, das geht für mich dagegen. Wir gegen absolut ein Jebel. Wir sind dagegen, das geht für mich dagegen. Wir gegen absolut ein Jebel. Wie würden Sie's denn machen? Alles besser natürlich. Passt ihr auf. Ich bin gegen die Blum. Wer braucht so'n Scheiß? Diese lebenden Toten haben uns eben nicht bedroht. Das ist Revolution. Ich bin Tres in den Thron. Ich mach's besser, denn von mir werden die Fäden gezogen. Dann lege ich los. Die Arbeit ist halt in der System. Hat die jahrelange ein Base-Punkt. Ich nehm jede Menge Geld und dann geb ich es dem Volk. Ja, da gehört es hin, so wie ein Zebra-Zohn. Was, Pirate, was redest du bloß? Unsere Schulden belaufen sich auf mehrere Millionen. Ich seh mich getfugt, das Problem ist zu groß. Alle A, bei der B kommen weniger Lohn. Doch, es ist zu wenig für meine Mercedes-Inkunft. Also müssen wir Ressourcen wieder aus dem guten alten Regenwald holen. Ja, ich weiß, am Anfang war ich auch gegen Korruption. Aber auch eh, ich brauche mein täglich Brot. Für die hunderttausend Menschen hat es eh nicht gelohnt. Und am Ende führen eh alle Wege nach Rom. Was soll ich machen, Mann, hier oben kannst du nicht. Jedem gehen, man ist ein Prioritäten und so. Und jetzt haben wir den Salat, die Rebellen der nächsten Generation. Beschweren sich schon. Wie stellt ihr euch das vor? Ich schicke mal eben ne Armee zum Ozon. Ihr wollt Frieden, aber Krieg, aber wie soll ich Soldaten schicken? Mit leeren Patronen. Der Antio, wüsste, die Mann kann sich nicht kümmern. Und die Meinung von jedem Idiot. Ich bin einer von euch, doch mir wird mit Schlägen gedroht. Und fickt eure Revolition, sie sind alles. Das geht nicht dagegen. Wir wiegen an zur Not ein Leben lang. Wir sind dagegen. Das geht nicht dagegen. Gegen an zur Not ein Leben lang. Das geht nicht dagegen. Wir sind dagegen. Das geht nicht dagegen. Wir wiegen an zur Not ein Leben lang. Untertitelung des ZDF, 2020